Robert Lewandowski möchte den FC Bayern verlassen Die Münchner versuchen nun offenbar, den Preis für ihren Goalgetter in die Höhe zu treiben, waren es bisher 100 Millionen Euro, sollen die Klubverantwortlichen nun 200 Millionen für Lewandowski fordern. Aus dem Klub heraus heißt es, unter 200 Millionen heben die Bosse für Berater Zahavi nicht mal den Telefonhörer ab, berichtet die SportBild, als mögliche Interessenten gelten Manchester United, Chelsea und Paris Saint-Germain. Gemma, sie alle würden über das nötige, Kleingeld, verfügen, Lewandowski selbst reizt aber vor allem Real Madrid. Ein offizielles Angebot der Königlichen gibt es bislang nicht, auch weil Ex-Trainer Zinedine Zidane vom Stürmer nicht überzeugt gewesen sein soll. Nach dem Rücktritt des Franzosen schöpft, Lewa, nun wieder Hoffnung, Lewandowski und sein Berater Pini Zahavi hatten vor einer Woche um die Freigabe beim FC Bayern gebeten, international, Deutschland der Stürmer-Star will die Bayern. Verlassen, Textquelle, Urheberrecht, Laola1.at, FIFA WM 2018, Neymar für Brasilien, nicht alles. Zum Seitenanfang, mehr zum Thema, Comment unter Strich, Count, Kommentare, rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola1-Redaktion wieder. Laola1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese Straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola1 zu widerlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. Punkt.